Ich weiß, ich weiß, Lesen ist nicht jedermanns Sache. Ich finde Bücher super, aber ihr vielleicht nicht so. Was aber so ziemlich jeder toll findet, sind Geschichten. Ob diese jetzt gelesen, gesehen oder gehört werden, spielt fast keine Rolle. Hauptsache sie sind gut. Eine Geschichte am Lagerfeuer ist immer noch der ungeschlagene Spitzenreiter. Irgendwer muss diese Geschichten aber erzählen und hier kommt nun ihr ins Spiel. In der Schule nennt sich das kreatives Schreiben und das stellt so manch einen Schüler vor eine Herausforderung. Starten wir doch mal mit einer echt guten Nachricht. Jeder, wirklich absolut jeder, kann eine kreative Schreibaufgabe meistern. Das ist auch gar nicht schwierig, denn alles, was man tun muss, ist, sich eine Geschichte auszudenken. Und das können schon die Kleinsten. Die Geschichte muss nämlich nicht auf Tatsachen beruhen. Er findet einfach irgendwas. Wobei, so ganz stimmt das dann auch wieder nicht, denn solche kreativen Aufgaben lauten selten. Erfinde irgendeine Geschichte. Vielmehr sollt ihr vielleicht eine Urlaubsgeschichte erzählen. Aber auch das bedeutet dann nicht, dass ihr das so erlebt haben müsst. Ihr merkt sicher, es geht bei solchen Schreibaufgaben wirklich nur darum, dass ihr eure Fantasie voll ausschöpft und eben eine Geschichte erzählt. Die Schwierigkeit dabei steckt vielmehr im Detail. Beim Schreiben müsst ihr nämlich daran denken, dass ihr eure Geschichte so formuliert, dass auch jeder sie nachvollziehen kann. Das bedeutet, dass ihr Situationen so beschreiben müsst, dass der Leser sie möglichst so wahrnimmt, wie ihr sie euch vorstellt. Also mal als Beispiel. Ihr erzählt eine Geschichte von zwei Freunden, die sich verabreden. Der eine wartet auf den anderen. Das kann so aussehen. Max und Felix hatten sich verabredet. Das ist natürlich nicht die ganze Geschichte, aber es ist schon gar nicht schlecht erzählt. In diesen beiden Sätzen steckt nun nämlich eine Menge Info. Zum einen erfährt der Leser, um wen es geht. Max und Felix. Außerdem ist klar, dass sie sich verabredet haben und dass Felix ständig zu spät kommt. Max hingegen scheint halbwegs pünktlich zu sein, denn er wartet. Diese Szene hat in eurem Kopf jetzt hoffentlich Form angenommen. Ihr stellt euch Max vor, der auf Felix wartet. Aber das ist ja nun meine Geschichte und ich will, dass ihr euch das möglichst so vorstellt wie ich. In eurem Kopf ist jetzt vermutlich keine Bushaltestelle und auch kein Computerspiel und schon gar keine alte Dame. Das gehört aber alles noch zu meiner Geschichte dazu. Also nochmal. Max und Felix hatten sich zum Zocken im Einkaufszentrum verabredet. Dort gab es eine Spielhalle für Jugendliche, in der sie gerne gegeneinander antraten. Am liebsten fuhren sie Autorennen, wobei Felix definitiv der Bessere von beiden war. Er konnte viel besser einschätzen, wann er vom Gas gehen und wie enger eine Kurve nehmen musste. Trotzdem hatte auch Max immer viel Spaß gehabt und darum stand er nun ungeduldig an der Bushaltestelle vor dem Einkaufszentrum, wo sich die beiden immer trafen und wartete auf seinen Freund. An der Haltestelle saß bereits eine alte Dame mit zwei prall gefüllten Einkaufstaschen und einer ziemlich großen Brille. Max fragte sich, warum alte Leute eigentlich immer so große Brillen tragen mussten. Konnten sie damit besser sehen? Oder war es einfacher, seine Brille zu finden, wenn sie so groß war? So, das war jetzt viel mehr Info und doch war die Kernaussage dieselbe. Max wartet auf Felix. Aber wenn er schon wartet, dann kann man als Autor der Geschichte ja auch erzählen, wo er wartet und wie er sich die Zeit vertreibt. Wenn ihr selbst eine Geschichte erfinden sollt, müsst ihr euch also überlegen, wie viel ihr dem Leser erzählen wollt, damit er möglichst gut versteht, worum es geht. Wie gesagt, das erste Beispiel von Max und Felix ist völlig in Ordnung und enthält alles, was man wissen muss, lässt dem Leser aber gleichzeitig auch viel Freiheit, sich die Situation vorzustellen. Das zweite Beispiel hingegen beinhaltet viel mehr und sorgt dafür, dass der Leser sich ziemlich genau das vorstellt, was ich mir gedacht habe. Genau das ist es letztlich, was ihr beim kreativen Schreiben machen sollt. Denkt euch eine Geschichte aus oder gebt etwas wieder, was tatsächlich so passiert ist, und erzählt das so, dass der Leser sich die Geschichte so vorstellt, wie ihr das wollt. Dazu gehört auch, dass ihr der Reihe nach erzählt und nicht alles durcheinander würfelt. Also nicht erst erzählen, dass Felix und Max Spiele spielen und dann erzählen, dass Max auf Felix wartet. Und das ist schon das ganze Geheimnis für solche kreativen Schreibaufgaben. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Ein weiteres Geheimnis ist es, selbst Geschichten zu lesen, hören oder schauen. Dadurch seht ihr, wie andere Geschichten erzählen und lernt, was dabei wichtig ist. Gut, für den Deutschunterricht ist dann in erster Linie das Lesen von Geschichten wichtig und weniger das Schauen von Filmen, aber helfen kann das natürlich auch. Also, lasst euch was einfallen, denkt euch Geschichten aus und erzählt sie. Macht total viel Spaß. Aber ohne echtes Lagerfeuer ist es trotzdem nicht ganz perfekt.